So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Ich merke schon, es wird laut. Vorweg, ihr seht, Level 200 gestern dann doch noch gemacht im Live-Stream. Sorry für alle, die da nicht dabei waren, aber ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in den Shop. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern mit Creator-Code Y&T-FamDiag. Grüße gehen da an jeden Einzelnen raus. Dann, es gibt mehrere seltene Dinge heute, aber wir waren immer ganz schnell, Loser-Paket dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Da ist natürlich auch, dass die Mode Bärenbeet dabei ist schon nicht schlecht, aber es gibt Besserungen, sagen wir mal so. Kind ist auch okay, dann Fokus ist wieder drin, Fixierung ist wieder drin, auch eine seltene Pickaxe, Weil, erstens, die ist halt nicht so toll und wenn irgendwas so toll nicht ist, haben es auch nicht viele gekauft. Aber ganz ehrlich, wer achtet mal auf die Pickaxe? Ich würde sagen, die Zeiten sind auch langsam, aber sicher vorbei. Dann die Farbenbomber-Geschichte, einmal mit der Farbenbomberin, Farbenkanonier, Regenbogenwucht und der Farbenballon. Dann die freche Wurst ist auch wieder drin. Dann, ich glaube, Zampel war derjenige, der die mir damals geschenkt hat. Grüße gehen auch da nochmal raus. Dann Astra ist wieder zurück. Aber gefühlt auch schon hundertmal im Shop gewesen. Dann der Maximilian ist drin. Auch schon fast zwei Jahre nicht mehr drin gewesen. Den sieht man auch nicht so oft. Ich denke mal, jetzt wird man wieder drei Tage sehen, aber danach wird er auch wieder verschwunden sein. So, dann haben wir still heimlich Spider-Man. Kein Bock. Aha. Dann haben wir die Beruffahrt noch mit drin. Auf die Plätze. Und der Seestock. So, das war es eigentlich schon an den ganzen neuen Geschichten, die heute reinkamen. Natürlich ist Montclair-Paket immer noch drin, samt Pickaxe und Kleider. Aber ja, da kann da ebenfalls noch komplett drin, plus die ganzen Pakete. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich heute Nachmittag. Und gucken einfach mal, was sonst noch so auf uns zukommt. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, greater.goot.yt-familyag. Grüße gehen raus. Euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Untertitelung. Dann könnt ihr mich nehmen aus. Im Shoppes der